So liebe Gemeinde, newsontour.de Wenn ihr wirklich immer ganz nah dran sein wollt an den geilsten Partys, an den besten Infos, alles rund um Wahlensteiner und Partys, dann klickt auf newsontour.de Nicht nur im Internet, also auf einer Homepage von newsontour.de, nein auch bei Facebook. Klicken, liken, YouTube gucken und sich einfach freuen mit der geilsten Seite auf diesem Planeten. Newsontour.de Mein Name ist Lorenz Pöffel. GOOOOO